Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 109. Ich bin Lukas und bei mir ist der Oliver. Hallo! Hallo! Heute perfekter Start. Perfekt. Ah, traumhaft. Das reicht schon, dass wir uns auf die Schulter klopfen. Wir haben zwei Sätze geschafft. Ja, wir sind heute wieder zu zweit, da Tobi immer noch relativ busy ist aktuell. Wir haben als Themen heute ein bisschen kuriose Dinge, einige etwas eigenartige News aus der Gaming-Welt. Ansonsten noch ein paar reguläre Sachen und Olli hat noch ein bisschen was zu Streaming, zu Stadia mal wieder. Und wir sprechen am Ende noch über eine Demo, die wir gespielt haben beide, zu Disjunction. Genau. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Olli, fangen wir ruhig an. Gespielt oder gesehen oder gehört, ne? So war unser Mantra immer, ja? Mhm. Okay. Ich bin mit Starcom Nexus durch. Da haben wir ja in Folge, oh, schlag mich tot, welche Folge war's? Ich weiß es nicht mehr, dreistellig aber schon. Darüber gesprochen, ne? Starcom Nexus war dieses 2D von oben raufguck, Explorations-Space-Spiel sozusagen. Kleines Indie-Spielchen, was ich sehr, sehr schön fand. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Habe ich jetzt auch durchgeschafft. Kritikpunkte sind vor allem jetzt zurückblickend, wenn ich jetzt durch bin, noch ganz kurz. Manchmal so eine gewisse Ziellosigkeit, dass man nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht. Also ich musste mir echt manchmal mit so Walkfuß behelfen, weil ich echt kein Blasenstimmer mehr hatte, was man jetzt machen könnte. Und das Ende war etwas unspektakulär zum Schluss so. Das war dann ziemlich plötzlich zu Ende und ziemlich abrupt. Da weiß ich nicht, ob ich dann am Ende die Kraft, die Lust oder das Geld verlassen hat. Aber naja. Aber ansonsten sehr empfehlenswertes, kleines, nettes Dingelchen. Man möge die Folge nachhören, wo wir das besprochen haben. Vielleicht fällt es ja noch ein, welchen Nummer das war. Ja, und dann habe ich was anderes angefangen. Ein Klassiker, den wir auch schon mehrfach hier im Podcast gesprochen haben. Nämlich schon, wie lange alt ist das? Schon 23 Jahre alt, das Ding? Nämlich Blade Runner. Genau das, was auf GOG neulich wieder rauskam, weil GOG neu draufgelegt worden ist. Das alte Adventure-Spiel, was so auf Teil, also den originalen Blade Runner Film so ein bisschen, auf die Ästhetik so ein bisschen basiert, auch wenn es eine andere Geschichte erzählt. Von Westwood damals rausgebracht, dann jahrelang verschollen. In 2003 haben sie den originalen Quellcode beim Umzug verloren. Eines dieser Szenen wieder mal vorkommt, wo die Originale verloren gehen. Dann jahrelang unsichere Rechtelage. Man konnte es nur inoffiziell spielen, so mit wilden Hacks und Abandonware-Seiten und Schlag mich tot. Und dann haben irgendwelche sehr engagierten, freischaffenden Leute, glaube ich, es geschafft, ohne Quellcode das Ding einfach von den Sachen, die auf der CD waren, zusammenzukratzen und ein Scum-VM zum Laufen zu bringen. In dieser Engine, wo einige Adventure-Games drauflaufen. Und ja, CD Projekt, also Good Old Games, konnte dann irgendwie die rechte Lage mal irgendwie klären. Und haben das ja dann Ende letzten Jahres, war das glaube ich, rausgebracht gehabt, das Ding neu wieder. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal angefangen. Und echt, ich bin ziemlich angetan. Klar, man sieht im Alter an, 4-zu-3-Format. Die ganzen Videosequenzen, ziemlich wilde Kompressions-Artefakte. Manche Sachen sehr, sehr pixellig. Aber Stimmung hat das Ding immer noch, wunderbar. Und manchmal auch manche Sachen, wir haben heute noch nicht mehr designiert, wie das Spiel abläuft. Sachen, wo man da unvermittelt stirbt, wo man denkt, hä, das machst du jetzt da anders. Oder Sachen, wo der Charakter ewig von einem Punkt zum nächsten erstmal läuft auf einem Bildschirm, bis man dann, wo man dann mehrfach eh lang gehen muss und so. Würde man heute wahrscheinlich anders machen. Aber trotzdem, wer ein bisschen Retro-Sinn hat und einfach sowas für Stimmungen übrig hat und so, immer noch ein schönes Ding. Also ja, das mache ich jetzt so nebenbei durch. Ja, gesehen, beziehungsweise angefangen, fernsehermäßig habe ich aber was neu nicht. Das ist schon ein bisschen älter wieder. The Orville, wem das was sagt. The Orville ist eigentlich eine Parodie auf Star Trek The Next Generation, so ein bisschen. Ist das das von dem Family Guy-Typ? Genau, von dem. Wie heißt er nochmal? Ja, ich wusste es bis gerade eben auch noch. Äh, McFarlane. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich wusste es auch noch, wie er hieß, kurz bevor du ihn den Family Guy-Typen genannt hast. Da ist mir gleich ein Augenblick der Name nämlich entfallen. Ähm, nein, aber genau von dem ist das. Und, äh, ja, ich bin bisher ganz unterhaltsam. Bin eigentlich noch bei Staffel 1 noch. Manche behaupten, das wäre das bessere Star Trek, so gerade diejenigen, die jetzt enttäuscht sind von dem ganzen Pekan und Star Trek Discovery und was nicht gesehen. Aber das weiß ich nicht. Es ist schon deutlich eine Parodie des Ganzen. Aber dafür ganz gut gemacht und recht unterhaltsam und spricht auch durchaus mal ernste Themen an und so. Ähm, unterhält mich bisher ganz gut. Finde ich ganz spaßig. Muss ich sagen, war ich auch positiv von überrascht und werde ich mir auch noch weiter reinziehen so nebenbei. Ja, das wollte ich nur allerkürzesten mal gesagt haben. Das war's schon bei mir. Genau. Und zurück an deine Wenigkeit. Ja. Äh, ich hab kurz nachgeschaut. Die Folge, in der du über Star Trek und Nexus erzählt hast, war Folge 105. Da hast du das Review gegeben. Ist da nicht lange her, genau. Ne, aber trotzdem hat man's schon vergessen. Ich find auch, dass die ganzen Folgen, also im Kopf merge das alles zusammen. Wenn ich mir ab und zu überlege, ich wollte letztens einen Link raussuchen zum Trailer. Und wir haben ja im Forum bei PC Games die ganzen Links immer mit drin. Dann dachte ich, ja, das kann ja vielleicht zehn Folgen her sein. Dann hab ich irgendwie drei Seiten gescrollt und es nicht gefunden. Also, äh, man verdut sich da teilweise. Das geht echt ineinander über. Äh, ja, was hab ich gespielt? Äh, ich hab gespielt Division 2. Aber da erzähl ich gleich ein bisschen was dazu, weil wir haben Hörerfeedback, was in die Richtung geht. Und ich habe gespielt Ori and the Blind Forest. Also den ersten Teil. Du wolltest sagen, den ersten Teil noch, ne? Genau. Ähm, ich hab mir einen Stream angeschaut von einem Let's Player, den ich ganz gern mag. Also, beziehungsweise YouTube-Videos von ihm angeschaut. Und der hat das Spiel da gespielt. Und eigentlich ist das ein ziemlich kompetenter Spieler. Aber ich hab das Spiel schon dreimal durchgespielt vorher. Und, äh, daher kenn ich's ganz gut. Und glaub auch, das besser zu können. Und ich konnte mir das nicht mehr weiter anschauen, dieses Let's Play. Weil der meiner Meinung nach so schlecht gespielt hat. Und dann hab ich selbst angefangen, gestern zu zocken. Hm. Und ja, es ist, äh, weiterhin ein tolles Spiel. Es hat, äh, minimale Makel, die man, äh, heute, glaub ich, ein bisschen anders handhaben würde. Ich bin mir jetzt nicht, grad nicht ganz sicher, von wann das Spiel ist. So 2013 oder 2014 war das ja vielleicht. Und, äh, es hat, äh, ja, ein paar Sachen, die man einfach heutzutage komfortabler gestalten würden. In Sachen Teleports, in Sachen Map, wie die gestaltet ist. Also, wie man sich die, äh, kleine 2D-Karte anschaut. Und wie man da sieht, wo welche Punkte sind, wo man weitergehen kann. Weil das ist ja eine Metroidvania. Und da geht's ja immer darum, dass man Backtracking hat. Wenn man neue Fähigkeiten freischaltet, kann man damit neue Orte erreichen. Und dann muss man auch wieder an alte Orte zurück. Und, äh, das ist teilweise ein bisschen schwierig zu erkennen im Spiel. Wo man da noch Möglichkeiten hat. Hm, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, also grafisch weiterhin topnotch. Ich mag die Story sehr gerne. Die ist ein bisschen cheesy vielleicht. Aber, äh, ich find's cool. Hat so ein bisschen so ein Disney-Vibe. Und ja, ein tolles Spiel. Und ich freu mich, wenn du auf den zweiten Teil. Da ja, jetzt am 14. oder 11. kommt, glaub ich. Das heißt, nächste Folge werde ich dazu berichten, wahrscheinlich. Ja. Wunderbar. Klingt ja schon, äh, wenn das nicht auch durch den Coronavirus eine Böse verschoben wird. Nee, aber da gibt's wahrscheinlich hoffentlich keinen Grund, warum das verschoben werden sollte. Nicht wie bei anderen Titeln, die irgendwie ausgelagerte Arbeiten da in China haben machen lassen oder sowas, ne? Ja. 2015 war's übrigens, dass es rauskam. Ah, okay. Der erste Teil, ja. Kommt mir schon deutlich länger vor, muss ich sagen. Aber ich hab's auch so ungefähr so eingeschätzt. Aber, ne. Gut. Äh, ja, mehr hab ich eigentlich nicht zu berichten. Ähm, dann wäre noch kurz zu erwähnen, dass wir aktuell noch ein Gewinnspiel haben. Der gute Robert hatte, äh, mehrere Keys gesponsert und aktuell verlosen wir noch Forza Horizon 4 für PC oder auch Xbox. Und die Verlosung läuft noch bis zum 14.3. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann joint unser Discord und geht da in den Verlosungsschannel und folgt den Anweisungen des Giveaway Bots. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback, wo wir diesmal relativ viel haben. Äh, Olli, würdest du anfangen und vorlesen? Ja, von Al Schione, den ersten. So. Ähm, dann diesmal hier statt E-Mail erstmal danke. Ich hatte schon Entzugsentscheidungen, äh, Entscheidungen, äh, mal Erscheinungen wahrscheinlich. Ich hatte schon Entzugserscheidungen und habe mich mit dem erneuten Hörern zufälliger Folgen vor dem Call Turkey bewahrt. Wie bisher immer fand ich den Themenmix hervorragend und konnte mich auf meiner Fahrt zur Arbeit wieder in das sanfte Bett eurer Kommunikation betten. Oh, allerdings hat mein PC-Masterrace-Hörn bei Dreams nur auf Berieselungsmodus geschaltet. Auch wenn ich es am Ende gefiltert dennoch interessant fand. Zum Thema Case-Modding. Ich bin mir nicht sicher, wo das anfängt. Ich sehe mich als nicht jemanden an, der das tut, obwohl ich abends schon mal einen Case flexe, um den Airflow zu optimieren. Oder gerne mit der Lackpistole einen Case von der Masse abgrenze. Für mich sind das dann eher Builds von Leuten wie Creator, und hier ist auch ein Link genannt, den wir mal einfach mal anhängen, ähm, die das, die wirklich weit von der Norm abweichen. Ein Lachflash hatte ich, als Lukas und seine Hassliebe zu The Division 2 erzählt und gleichzeitig einfach mal ein Gear-Level von 495 hat. Du solltest elaborieren, wie viele Spielstunden das waren. Ah, Lukas, da war noch auf die Zukunft. Deringend muss ich mich auch noch zu der Music Racer-Angelegenheit äußern. Ich glaube ja, dass das Streamer benutzen, um Viewer zu hypnotisieren, à la der Futurama-Hypnokröte. Ich hatte auf jeden Fall neurale Aussetzer beim Zusehen. Zum Thema Wasserkühlung, Wackü, das ist gar nicht so schwer und ich habe es in Jahren nicht hingekriegt, etwas um Nieken zu bekommen. Dazu muss man schon sehr unaufmerksam sein oder fehlerhafte Hafe haben. Und ja, ich bin genau der Typ, der alle PCs in seiner Sozialumgebung baut, um seine Sucht zu befriedigen. Als Schlusspunkt, danke, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt und dieses Machwerk, diesen Stern am Podcast-Himmel für Nerds mich auf der Kette kriegt. Jo, herzlichen Dank, Altschone. Danke. Sehr nett, ich glaube. Nicht schlecht, ja. Ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal auf Division 2 ein, wenn das okay ist. Ja, insgesamt, ich bin aktuell Gehrlevel 515 oder so oder 14, keine Ahnung. Also quasi am Maximum des aktuell Möglichen mehr oder weniger. Da klappe ich mir doch direkt auf die Schulter. Und ich habe 147 Stunden insgesamt gespielt. Wobei ich sagen muss, dass ich, glaube ich, den Großteil der Zeit tatsächlich Anfang 2019 investiert habe, als das Spiel auch rauskam. Wenn man sich daran erinnert, ich war ja damals extremst begeistert von, einfach von der ganzen Welt, wie sie gestaltet ist. Und das gilt auch weiterhin, muss ich sagen. Jetzt, die letzten Tage habe ich öfter mal mit den anderen hier vom Discord gespielt. Aber da, ja, da gerät die Welt dann doch so in den Hintergrund. Und wenn man rauscht, dann nur so durch und man schaut sich eigentlich nichts in Ruhe an. Hatten wir auch auf dem Discord schon ein bisschen drüber geschrieben. Das ist einfach so, das stimmt. Ja, das ist natürlich gut, wenn man Leute hat, die auch ein bisschen die Welt bewundern können. Ich spiele ja zu zweit immer noch den Teil 1 mit jemandem durch. Und da sind wir Gott sei Dank ziemlich ähnlich. Schöne Grüße an mein Mitspieler Frank übrigens hier an dieser Stelle. Ich weiß, er hört auch den Podcast. Dass er auch mal so ein bisschen bewundert, wie so die Welt gebaut ist. Und wir stehen einfach mal rum und bewundern einfach mal schöne Einstellungen. Oder wenn gerade das New York da, das Verschneite mal richtig gut rüberkommt. Ist natürlich was anderes, wenn du andere hast. Das kenne ich auch von anderen Gruppen her. Wo man die einfach nur durchwaschen. Sogar so bei irgendwelchen Online-Rollenspielen. Und die sogar den Text wegskippen, der dann kommt. Da könnte ich ausrasten jedes Mal. Naja, geht halt nicht mit jedem gleich gut. Ja, also als ich alleine gespielt habe, habe ich mir auch vieles ein bisschen mehr in Ruhe angeschaut. Und ich habe ja auch das Screenshot-Tool relativ ausgiebig genutzt. Ich hatte so eine Galerie und so davon erstellt. Das war schon sehr, sehr cool. Aber ja, wie du sagst, wenn man zu zweit ist, dann richtet man sich halt in der Regel nach dem schnellsten. Und der will halt looten und killen und Dinge erledigen. Und da war es dann bei uns so, dass der Rest komplett in den Hintergrund gerückt ist. Naja. Ich wollte noch ein paar Dinge zu Division 2 anmerken. Da jetzt das Add-On erschienen ist und auch viele Änderungen eingetreten sind für die Leute, die auch ohne das Add-On spielen. Ich finde diese neue Rekalibrierungsgeschichte extrem gut. Das hatten wir auch schon mal angesprochen, als das Add-On angekündigt wurde und wir das im Podcast erwähnt hatten. Dass man jetzt einfach alle Waffen verschrotten kann und dann die Dinge direkt in eine Bibliothek abspeichern kann. Achso, mit Dinge meine ich zum Beispiel Talente der Waffen oder Gegenstände oder die Attribute. Und die kannst du dann jederzeit aus der Bibliothek wieder abrufen und auf andere Waffen übertragen oder auf andere Gegenstände. Und das ist sehr gut. Tolle Quality-of-Life-Änderung, muss ich wirklich sagen. Ich konnte mein ganzes Inventar, die Truhe, die man da hat im Weißen Haus, konnte ich komplett leer machen und alles verschrotten. Alles da reinpacken. Das war schön. Das hat sich irgendwie gut angefühlt, quasi aufzuräumen, auch wenn es nur digital war. Das ist auch immer schlimm, dass man so viel Schrott hat, von dem man sich nicht trennen kann. Bei allen Spielen, wo man Inventar hat. Ich kann mich dann auch nie trennen und schleppe dann doch bis zum Ende irgendwelche Sachen durch, die man dann nie mehr braucht. Ja, genau. Das kennt man ja so typischerweise aus Resident Evil-Sachen oder so, dass man halt sagt, ich muss mir das Heilkraut auf jeden Fall auch aufsparen. Und dann am Ende des Spiels hat man irgendwie 28 Heilkräuter in seiner Tasche. Ja, das ist ja immer so. Das stimmt. Ja, was habe ich noch zu Division 2? Wir haben mehrere Bugs entdeckt tatsächlich. Und zwar hatten wir mehrere Quests. Wir haben so Bounty-Quests gemacht, wo du diese Kopfgeld-Aktionen machst. Und da musst du halt bestimmte Gegner erledigen. Und die haben teilweise in Wänden gesteckt. Die sind einfach in Wänden gespawnt. Und auch bei anderen Open-World-Events hatte ich das ab und zu. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass die Aufgaben unlösbar waren. Auf jeden Fall ziemlich dumm. Ansonsten, es gibt ja diese Roboter, diese vierbeinigen Roboter von den Black-Task-Leuten, glaube ich. Die kennst du ja bestimmt. Die fliegen ab und zu aktuell. Also es gibt manchmal so Missionen, wo dann Helikopter ein paar Leute absitzen und auch diesen Roboter. Aber der Roboter kommt aus irgendeinem Grund nicht am Boden an, sondern schwebt einfach in der Luft und schießt von dort. Äh, ja, keine Ahnung. It's not a bug, it's a feature, I guess. Was noch? Ich hatte einen komischen Bug, dass der Boden bei mir oft unsichtbar war. Aber nur in den neuen Gebieten, diese Gebiete, die außerhalb der regulären Karte sind. Weißt du, man kann ja mit dem Helikopter in bestimmte Positionen fliegen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich als Einziger das Problem, dass bei mir oft Texturen fehlen da. Dass man durch den Boden gucken wollte. Musst du nachkaufen. Ist wahrscheinlich, ähm, gegen Echtgeld nachzukaufen. Genau. Kriegst du eine Bodentextur dafür. Richtig. Äh, ja, und das war's eigentlich. Ansonsten, äh, weiterhin cooles Spiel. Äh, eigentlich. Auch wenn ich letzte Folge ein bisschen, ich hab da vielleicht ein bisschen übertrieben mit meinem Hate. Das ist ja auch so spaßig gemeint, aber vielleicht kam das ein bisschen falsch rüber. Äh, ja. Ja, ich hab halt so meine Probleme mit diesem Genre. Sei es Destiny oder Division. Ja, wir hatten schon besprochen, dass du einfach von Hass zerfressen bist. Und dass das ganz normal bei dir ist. Richtig. Ja, aber das Ättern hab ich mir erfolgreich nicht gekauft. Und ich hoffe, das bleibt auch schon. Mal schauen. Erfolgreich nicht gekauft. Sprach der Mann mit 495 Eierergielevel oder, nee, 500er mittlerweile. Es ist nur eine Frage von Stunden, Leute, bis er's hat. Das Ätter. Ich glaube, ich komm ohne aus. Äh, ja. So, das war's zu Division 2. Ähm, was haben wir noch? Er hat was geschrieben zum Case-Modding. Und der hat ja auch, äh, den Rechner da verlinkt. Äh, das Bild, das er verlinkt hat, das ist so ein, äh, auf Vikings bezogen anscheinend, ne, Ordin? Du meintest vorhin schon, du hast da was wiedererkannt? Ähm, ja, das bezog sich nur, äh, den muss ich mal aufdrehen. Also, der, 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 der Bild, den er genannt hat, also die PC-Case-Modding, was da in dem Link, äh, genannt ist, von diesem Creator, das ist ein ganz wilder, also wirklich hoch, äh, individuelles Gehäuse, das so ein, mit Wikinger-Design, so ein Holzschiff-Design quasi so gemacht ist, ne. Also, das ist nicht mal eben so irgendwie ein Standardgehäuse ein bisschen angepasst, sondern so komplett so auf Holzschiff-Design gemacht und alles mit Wikinger-Themen verziert und, ja, also ein bisschen mehr als nur ein Blechgehäuse neu lackiert oder sowas, sondern wirklich ganz von Grund auf. Und, ähm, dass ich mich an, an die Fernseher-Vikings jetzt gefühlt habe, lag eher daran, dass er in den Kommentaren zu diesen, diesen, äh, ja, Artikel, wo er seinen eigenen PC da beschreibt, ähm, auf dieser Seite, äh, auch erwähnt, dass er auch ein Notebook, ähm, ähm, umgebaut hat, passend dazu, und das nannte er La Gerta's The Shield Maiden, also die, die, ne, der, und wer die Serie Vikings kennt und La Gerta, der musste natürlich wahrscheinlich auch gleich lachen, dass das dann auch seine Berücksichtigung findet, ähm, ähm, ja, naja, ähm, ich wollte noch sagen, von wegen, du hast ja gesagt gehabt, ja, Case-Modding, ähm, siehst du dich nicht so, du machst mal, ne, Airflow optimieren mit einer Flex oder neu lackieren, also, ich hätte das schon locker als Case-Modding eingestuft, ganz ehrlich, also, das ist für mich eigentlich schon Case-Modding, wenn ich da anfange, an, an den Blechen da rumzuflexen oder sowas, also, ja, dafür, dafür muss es nicht sein, dass man gleich so ein komplettes Fantasiegehäuse baut, wie jetzt der Curiouser-Creator, ähm, ja, wie ich schon letztes Mal sagte, mir zu viel Blim-Blim mit Aufwand, ja, bevor das Ding jetzt so gut läuft, ich, ich meine, meine Großtat heute war, dass ich zwei neue Speicherriegel noch reingesteckt habe und auf 32 Gigabatt gegangen sind und da ist mein Bedürfnis jetzt auch mal wieder erstmal erschöpft, dann mein PC noch was rumzubauen, nachdem man jetzt eh neu aufgebaut worden ist und dann ist es auch gut, jetzt hab ich den Deckel wieder zugemacht, das kann auch für mich aus den nächsten zwei Jahren auch wieder zubleiben, der Deckel, dann ist alles gut. Ja, man sieht ja auch bei diesem Viking-PC, den er gepostet hatte, da ist ja auch ein, also man kann die Seiten aufklappen, was ich irgendwie ziemlich cool finde, beide Seiten, und da ist auch ein Monitor drin, was natürlich einfach wieder nur Show-Off ist, aber ist halt so, und da ist auch ein Bild von Vikings drauf, also, äh, er hat auch da anscheinend ein bisschen Bezug genommen, zumindest beim Erstellen der Bilder, und, äh, für mich als Viking-Snoop, wer ist Lagerta, ist das, ist das nicht die Frau von dem Ragnar, oder? Doch, ja, genau. Ah, okay, ja, die kenn ich. Oder On-Off-Beziehung, wie auch immer, später, ja, aber es ist seine, seine, seine Frau, ja, genau, und, äh, die hau ich auch immer ordentlich rein, ich sag, ich hab immer gesagt, also, ich hab jetzt nicht alle Staffeln gesehen, aber, die meisten, die letzten, die letzten aber nicht mehr, aus diversen Gründen, ähm, die einzige Frau, die, also, das ist ja die einzige nicht, aber, die, die altert nicht, ich weiß ja nicht, was da passiert, aber eigentlich geht's über Jahre, die Kinder werden groß, sie sieht immer genau gleich aus, alle sind, also, alle können neidisch werden, also, man könnte meinen, die Wikinger-Zeit muss sehr gut für die, äh, äh, Haut der Frauen damals gewesen sein, die sehen ewig aus, wie Mitte 30 maximal oder so, äh, nun ja, schöne Sache. Ja, okay, dann, äh, würde ich sagen, vielen Dank für das Feedback, auf jeden Fall, Sione, äh, sehr gut, danke sehr. Dann, äh, können wir direkt mit dem nächsten Feedback meinetwegen weitermachen, und zwar hat der Vanity noch kurz was geschrieben. Ja, Vanity, zum Thema GeoGeConnect und Verknüpfung mit Steam, man kann bestimmte Spiele, die in der eigenen Steam-Hypothek enthalten sind, mit dem GeoGe-Account verknüpfen, es funktioniert aber definitiv nicht mit allen Spielen, das bezog sich auf eine Äußerung von dir letztes Mal, richtig? Genau, äh, ja, ich hatte ja gesagt, ja, ja, das kann man dann mit allen machen, aber das, äh, also, hab ich gesagt, ich glaube, ich hab's mir nicht so genau angeschaut, aber er hat's nochmal korrigiert und hat gesagt, es geht nicht mit allen, und er hat noch einen Link hinzugefügt, wo man sich das, äh, GeoGeConnect nochmal anschauen kann, das, äh, den Link packen wir nochmal ins Forum und dann kann man sich nochmal selbst genau anschauen, wie das funktioniert. Das war's eigentlich auch schon. Danke auf jeden Fall für die Korrektur. Gut, äh, dann hatte ich, äh, ja, letzte Folge ein bisschen Feedback zu Baldur's Gate 3 gefordert und, äh, wie die Leute das so aufnehmen. Äh, leider hat sich daraufhin keiner gemeldet, aber ich hab dann einfach im Discord nochmal ein bisschen gepokt und die Leute ein bisschen genervt und, äh, dann kamen auch noch ein paar, die sich netterweise gemeldet haben. Äh, zum einen der Sugi, er hat geschrieben, äh, ich hab mich bei Baldur's Gate 3 bisher bewusst zurückgehalten, da ich weder von der ersten Ankündigung gehypt war, noch bisher irgendwie enttäuscht bin von dem, was ich gesehen habe. Game 2 bringt es in seinem letzten Beitrag ziemlich auf den Punkt. Der Markt ist das durch, durch das Release von mancher Spiele des Genres wie Divinity Original Sin 2 sehr gesättigt. Es muss also knallen, wenn es mein Interesse wecken soll. Zum Thema Fans. Klar, es gibt Fans, die zurück wollen zum alten Schinken. Es gibt auch Fans, die Super Mario Pigsblick viel besser finden als den neuen aus Mario Odyssey. Darauf darf ein Entwickler sich nicht einschießen. Es ist klug, die aktuellen Trends im Auge zu behalten. Wichtig dabei ist, die Baldur's Gate Note zu verpassen und die geht über das Gameplay hinaus. Ich denke, Geschichte und Charaktere sind einem Fan der Serie in der Summe viel wichtiger. Fühlt sich nicht nach Baldur's Gate an, kann es kein Gamefair der Welt retten. Ja, also er sagt, für ihn geht es mehr über die Geschichte als das Gameplay. Ja, das konnte sein. Also für mich war, also für mich und auch viele andere, war die Kritik ja am ehesten am Gameplay und einfach an der Ähnlichkeit zu Original Sin. Und da könnt ihr natürlich recht haben, dass das dann für Fans einfach der Geschichte irrelevant ist. Jo, danke dafür. Und ich lese noch einen vor, von Veneti auch nochmal. Ich bin da recht leidenschaftslos, da ich die Baldur's Gate Reihe bislang nicht gespielt hatte. Die Bilder, die ich von Baldur's Gate 3 gesehen hatte, sahen jedoch recht stark wie nach Divinity aus. Ich dachte, im ersten Moment es wäre ein dritter Teil der Divinity Reihe und ich hätte mich einfach verlesen. Von daher kann ich es natürlich verstehen, wenn Baldur's Gate Fans hier ein Problem haben. Nachdem mir die Divinity die Reihe recht gut gefallen hat, habe ich hier kein Problem. Ja, das ist im Prinzip auch so meine Warte. Habe ich ja letzt mal schon gesagt, da ich Divinity einfach gern mag, ist es für mich persönlich nicht schlimm. Aber ich habe mich halt ein bisschen mehr in die Fernsehreihen versetzt. Zumindest dachte ich das. Ich wollte noch sagen, also im Forum war es ja auch relativ heiß diskutiert auf jeden Fall. Und der sowie hat ja auch noch geschrieben hier, dass der Markt ziemlich übersättigt sei mit Spielen dieses Genres. Muss ich sagen, sehe ich gar nicht so. Hatte der Spirit Olga im Forum auch behauptet. Aber ich finde eigentlich, es gibt wenig qualitative Spiele in diesem Genre. Wie siehst du das? Ich habe es so aufgefasst, es gibt zwar wenig qualitative Spiele in dem Genre, aber mehr braucht anscheinend die Spielerschaft auch nicht. Weil die letzten, wie ich nämlich, was war es denn, Pillars of Eternity 2, das so zähe Zahlen auch noch hatte, wo das auch nicht so ganz lief mehr. Der Markt ist anscheinend gar nicht so groß und die haben auch schon ziemlich gesättigt. Also wahrscheinlich kannst du nur alle paar Jahre so ein Ding rausbringen, wenn überhaupt, vielleicht. Vielleicht ist es so gemeint. Aber ist Pillars of Eternity nicht pausierbare Echtzeit? Ja, aber spielt das jetzt eine Rolle, ob jetzt der Kampf so oder so ist? Ich dachte jetzt eher im Allgemeinen das Genre der isometrischen Rollenspiele. Ja gut, für mich spielt das schon eine Rolle, aber das ist dann wahrscheinlich einfach individuell. Das kann schon sein. Ich finde halt rundenbasiert und basierte Taktik ist schon ziemlich das Coolste, was geht. Aber muss natürlich jeder für sich wissen. Jo, okay, dann vielen Dank für das Feedback an euch beide. Jawohl. Und ja, im Forum fand ich es auch interessant, die ganze Diskussion zu verfolgen. Fand ich ziemlich spaßig, weil die Leute sich da regelrecht an die Kugel gehen. Ich habe mich auf jeden Fall auch ein bisschen noch eingemischt. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend da zu sehen, wie die Meinungen auseinander gehen. Du hast mich wieder künstlich angeheizt, oder? Gibst du? Nee, ich habe mich das nur zurückgehalten. Nee, nee, das war ein Thema, was ich auch... Nee, das brauche ich noch manchmal. Nein. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. So, und zwar geht es mal wieder um GeForce Now. Genau. Und zwar kennen vielleicht einige das Indie-Spiel Long Dark. Das wurde jetzt von GeForce Now entfernt. Und zwar hatte GeForce das Spiel ursprünglich hinzugefügt, oder NVIDIA. Und dann hat sich der Entwickler Hinterland Games gemeldet und gesagt, nee, wir haben das nie autorisiert. Bitte entfernt das Spiel. Und dann hat sich GeForce entschuldigt und hat gesagt, ja, okay, wollt ihr denn trotzdem noch teilnehmen? Und es hieß, nee, wir möchten definitiv nicht. Also das Spiel ist dort nicht mehr verfügbar. Und damit reiht es sich ein bisschen ein. Bei mittlerweile ziemlich vielen, die sagen, nee, wir möchten nicht mehr bei GeForce Now sein. Mittlerweile sind das Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, Konami und Square Enix. Und seit neuestem jetzt auch Rockstar und 2K. Das heißt, mittlerweile schrumpft das Portfolio doch ziemlich stark, würde ich mal sagen. Na ja, Oli, wie siehst du das als jemand, der sich ja mit der Materie relativ umfangreich befasst hat? Ja, mir fällt immer noch schwer zu begreifen, auf welcher Grundlage die das überhaupt machen können. Weil der Ansatz war ja bei GeForce Now, dass du ja eigentlich deine eigenen Spiele mitbringst. Du nimmst da dann, kannst du deinen Launcher aktivieren. Und es ist ja wirklich so, dass du deinen Steam-Client auch richtig siehst, also eigentlich wie gewohnt, dass der auch auftaucht. Und man aktiviert da eigentlich seine eigenen Spiele, wie man es bei jedem anderen PC, den man jetzt frisch aufbauen würde oder sich als Zweit-PC hinstellt oder so, auch jedes Mal macht. Aber aus welchen gottlosen Grund könnt ihr jetzt eigentlich vorschreiben, dass es da nicht läuft? Na ja gut, es gab, weiß ich zumindest bei Activision Blizzard, irgendeinen Passus, der genau das besagte, von wegen Streaming ist nicht erlaubt und das sehr allgemein gehalten hat. Und dann auch kurioserweise darunter fällt, wenn du dein eigenes, in Anführungsstrichen, weil eigen ist so eine Sache bei diesen ganzen Lizenzengeschichten und Spieleerwerb, dein eigenes Spiel zu dir selber streamst, dass das trotzdem darunter fällt. Das ist schon sehr seltsam. Und ich verstehe immer noch nicht, auf welcher Basis die Sachen entziehen können da bei GeForce Now. Bei Shadow passiert das momentan nicht. Ich will nichts beschreien, aber noch nicht. Und Shadow ist ja fast genau das Gleiche. Nur, dass es statt so einem eingeschränkten PC, von dem man nicht viel mitbekommt, dass es ein PC ist bei GeForce Now, das ist ja alles weggesperrt. Man kriegt ja nur anhand der Programme, die dann normal gestartet werden, wie so ein Client oder so, mit, dass es eigentlich im Hintergrund offensichtlich irgendwie eine Art Windows-PC läuft, wo alles andere weggesperrt ist. Da kriegt man ja bei Shadow einen kompletten PC, mehr oder minder, halt virtuell und in der Ferne, per Streaming. Und da gibt es zwar auch hin und wieder mal Probleme, aber nicht in dem Umfang, dass alle sagen, hier, du darfst die Spiele doch nicht mehr installieren. Das Einzige, was mal so halbwegs in der Nähe kam, war wirklich mal Activision Blizzard, wo manche Benutzer-Accounts gesperrt worden sind bei World of Warcraft, glaube ich, damals. Aber sonst, dass Bethesda und wie es alle heißen, da gesagt hätten, macht man mit den Spielen mal runter, habe ich da nicht erlebt. Und was ist da der Unterschied? Sind die einfach vielleicht zu klein, dass die noch gar nicht in den Fokus geraten sind? Dass die weggeklagt worden sind? Ist es was anderes, weil da ein kompletter PC mehr oder minder abgebildet wird mit all seinen Sachen? Also, ne, du guckst ja komplett auf den Desktop rauf, da richtig, ganz normal wie zu Hause auch. Ist das irgendeine Abgrenzung? Wenn ja, aber warum? Ne, also ich will das alles noch ein bisschen rätselhaft, was da passiert, ehrlich gesagt. Und, ähm, was verlieren die denn dadurch, wenn sie es da haben? Ich meine, wie gesagt, normalerweise, du kaufst das Spiel zum Beispiel auf Steam einmal. So, und darfst das auch nur einmal gleichzeitig ausführen? Okay, auch gebongt. Äh, und du konntest es aber auf, auf, weil ich weiß, beliebig vielen, oder? Beliebig vielen PCs installieren. Darfst halt nur einmal gleichzeitig ausführen. Mhm. So kenne ich eigentlich das Standardprozedere eigentlich, bei Steam zum Beispiel jetzt. Ja, genau. Warum ist es jetzt für manche ein Problem, wenn du auf, ähm, ein Spiel von dem Publisher XYZ hast, der etwas dagegen hat, auf Steam das Spiel jetzt startest und zu dir nach Hause streamst auf dem PC? Nee, den hast du ja auch irgendwie gemietet, mehr oder minder, wenn du da jetzt dein, ähm, ne, dein Obolos bezahlst für die, wie immer der aktuelle, ich weiß nicht mehr wie, aber GeForce Now jetzt der Pro-Account jetzt quasi hieß, äh, der Dynamitest und dann, äh, das nutzt. Genauso könntest du ja auch deinen, deinen PC finanzieren lassen und ordentlich dann nichts bezahlen und da drauf installieren, die Sachen. Was, was ist der Unterschied? Ich verstehe es noch nicht ganz. Ja, ähm, ich habe eine Theorie, die, also, erst mal sehe ich es ähnlich wie du, so, für mich erschließt sich das nicht richtig. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie Angst haben, dass, äh, Dritte quasi Streaming-Bibliotheken erstellen, ne, also sagen wir, ich kaufe mir ganz viele Spiele auf Steam oder wo auch immer die Spiele gerade verfügbar sind, Blizzard, wo auch immer, und dann erstelle ich quasi meinen eigenen, also ich habe einen Account und ich vermiete meinen Account an User, weißt du? Dass ich sage, äh, zahl mir, was weiß ich, fünf Euro und dann kannst du die Spiele alle spielen. Oder sowas in der Richtung vielleicht, dass sie davor Angst haben. Aber, keine Ahnung, ob das so realistisch ist. Boah, das ist schon auch sehr, aber, ja, theoretisch denkbar, ne, aber, ach, ich weiß nicht, das erst mal, würde ich als Dienstleister, bin ich dir ja sicher, dass sowas schon von den AGBs ganz klar verboten ist, also, das, durch Nutzvermachung, durch Andritter, ich bin der Meinung, bei Shadow ist sowas sowas ausgeschlossen schon und sowas, die erlauben schon diverse Sachen nicht, aus, aus, mit ähnlichen, äh, Konstellationen. Und dass du ganz klar sagen würdest, also, bei uns ist das definitiv verboten, dass es dann gemacht wird, wenn es gemacht wird, natürlich illegal, gut, könntest du ja als Arbieter sagen, ich will es trotzdem nicht, weil ich weiß, dass es missbraucht wird, oder denke ich mir, dass es missbraucht wird, oder werden wird. Kann natürlich sein, aber ich finde das schon arg durch die Brust ins Auge geschossen, ehrlich gesagt, den Gedankengang. Hm, jaja, also was anderes fiel mir jetzt auch nicht ein. Ich, ich habe eigentlich auch keine so richtige Idee, warum die das nicht wollen. Vor allem, jetzt, wenn die, pass auf, die Großen, da kann ich es insofern verstehen, dass sie es zumindest versuchen, weil die sagen, pass auf, wir wollen extra Verträge dafür, ne? Extra Kohle, immer gut, nehmen wir alle gerne, ne? Mhm. Die kleinen Entwickler Hinterland Games, ich meine, der Name spricht für sich, ja, ähm, ja, okay, gerade will auch Geld, ist logisch, aber der hat doch nichts verloren, der will, ein Kunde will sein Spiel spielen. Und kauft das Spiel jetzt auf der, ähm, Plattform seiner Wahl, ne? Ja, das kann Steam sein, das kann, ich glaube, was ging noch bei, ging Epic auch schon auf dem GeForce Now, weiß ich gar nicht. Aber bei Shadow geht's auf alle Fälle, das weiß ich, ich hab hier selber da laufen. So, und jetzt hat er's da halt gekauft, hat sein Geld auch bezahlt und jetzt ist es doch eigentlich als Entwickler nicht mehr mein Bier, auf welchen Rechner er es dann laufen hat. Und wenn's da halt ein Rechner ist, der in der Cloud liegt. Ja, also das ist, er hat das Geld, ja, ich hab ihn ja gut gehabt, umgekehrt, wenn du jetzt schon was angenommen, das ist jetzt das, was, was die, zum Beispiel die Shadow-Jungs so anstreben, du sollst gar kein Gaming-PC mehr zu Hause haben, ne? Das ist ja das Idealszenario für dich. Also, du hast immer nur deinen Cloud-PC, dein Cloud-Gaming-PC, besser gesagt. Dann würdest du, wenn du es nicht erlauben, als Kunde wegfallen, wenn ich's da bei Shadow jetzt auch verbieten würde, wie bei GeForce Now. Weil du kannst das Spiel ja gar nicht mehr kaufen, verstehst du? Ja. Weil du hast ja keinen leistungsfähigen Rechner mehr, den du laufen lassen kannst, das Spiel. Und ich versteh, ich denke, bestenfalls nur teilweise. Also, sie tun sich schwer, offensichtlich, mit der ganzen Geschichte und, ähm, das ist schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, das heißt lustig, aber schon seltsam, dass GeForce Now über diese, diese Knüppel stolpert bei der Geschichte. Ähm, da hat Stadia in der Richtung, ironisch gesagt, überhaupt keine Probleme, weil so viele Spiele haben die gar nicht. Und diese haben, die sind natürlich extra angepasst und gemacht worden für Stadia, weil, wie gesagt, da müssen sie komplett portieren, weil Linux-Basis und, äh, Vulkan als Grafikstelle, das heißt, die Publisher, die mussten das auch da anpassen, extra dafür. Und, klar, dann ist auch dementsprechend eine Freigabe für da. Es ist komisch, dass die auf die Schiene wieder ganz gut rauskommt. Die haben den Stress zumindest da, diesen Stress nicht, die haben andere Probleme, ganz klar. Da kommen wir noch drauf. Aber das ist, ähm, ja, komisch alles. Alles komisch. Ja, das stimmt. Äh, ich hab mich schon gefragt, sollen wir das in Zukunft noch behandeln, diese Themen? Also, was heißt diese Themen, ist grad ein bisschen, äh, übergreifend. Aber ich mein, äh, wenn G-Force Now, wenn da jetzt wieder irgendein Publisher seine Spiele zurückzieht oder irgendein einzelner Entwickler sagt, ja, ich möchte auch nicht mehr drin sein, äh, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ziemlich häufig was kommt. Und ich glaub, wir brauchen das Thema da nicht immer wieder aufrollen, wenn jetzt... Nein, bestimmt nicht. Das war jetzt immer nur in der Häufung so interessant, ne? Und dass die da halt so ein Problem haben, zumindest bei dem Dienst. Auch wenn du bist ja nur bei dem Dienst. Ja, stimmt. Okay, dann, äh, würde ich sagen, in Zukunft, wenn das nicht, äh, der riesige... Keine Ahnung, wenn das nicht grad EA ist, dann verzichten wir drauf. Genau, nur bei außerordentlichen Sachen, wenn wir es nochmal erwähnen, ja. Genau. Äh, ja, du hast grad schon gesagt, wir haben später noch fast zu Stadia, aber wir kommen jetzt erst mal zu ein bisschen kurioseren Dingen. Aber, Lukas, ich bitte dich, das ist eine höchst seriöse Nachricht, die jetzt kommt. Äh, ja, das stimmt. Und zwar wurde, äh, angekündigt oder beworben, dass Gaming Bad, das ist, äh, von einem japanischen Hersteller, der sich, äh, auf Gaming-Möbel spezialisiert hat. Sag seinen Namen. Sag bitte seinen Namen. Bauhütte. Oder Bauhatz. Ich weiß nicht, aber so wie Bauhütte, nur ohne Ü. Ich glaube, ich meine Bauhütte, aber sind die Ü-Punkte ausgegangen oder haben sie auf der Statur nicht gefunden. Ja, das kann sein, ja. So, weißt du, wie die Amerikaner manchmal schreien, oder? Gruß und Hobi, der auch ja im Forum immer mit UE schreibt, bei der Amerikaner Statur unter den Fingern hat, ne? Oder bei uns auf dem Discord. Genau. Bauhütte, wahrscheinlich als Bauhütte heißen. Ja, die Japaner haben ja immer so einen Hang zu deutschen Namen oder haben es früher ganz gerne gehabt, auch bei allen möglichen Spielen, dass ich, äh, in ziemlich ganz dunklen Playstation-1-Zeiten war es nicht, glaube ich, auch Ein-Hander oder Ein-Händer oder sowas. Gab es das, oder? Ja, ja, irgendwie war da mal so ein Stück ab oder sowas. Ja, und, ja, aber ich habe jetzt das Wort aus dem Mund gerissen, ja. Der Herrschler, Bauhütte, hat was getan. Ja, sie haben ein Bett angekündigt, ein Gaming-Bett. Also, das ist ja eigentlich relativ beliebt, dass man vor allen möglichen Dingen Gaming davor setzt. Ja, da sind sie auf jeden Fall schon mal teurer, da kann man davon ausgehen. Und sie sind auch doppelt so cool und haben mehr LEDs. Und in diese Richtung geht es auch hier auf jeden Fall. Also, das ist im Grunde einfach nur ein Bett. Aber dazu kann man verschiedene Versatzstücke kaufen. Auf einmal in schwarz, in schwarz. Genau, in schwarz, wow, schwarz-rot. Und dann hat man zum Beispiel vorne einen Tisch, den man ans Fußende des Bettes stellen kann. Da kann man dann Monitore befestigen. Man hat mehrere Beistelltische, was ich irgendwie ziemlich lächerlich finde. Also, so auf Rollen sind die, glaube ich, quasi wie früher so eine These, wie Wagen den Oma vielleicht neben das Sofa gestellt hat. Sowas kannst du ja dann neben dein Bett stellen. Aber jetzt sind cool und jetzt sind Energydrinks drauf, ja? Ja, genau. Und, also, keine Ahnung, da ist, glaube ich, noch so ein Bienenwerk zu sehen auf manchen Bildern. Also, es gibt da anscheinend so ein modulares System und das ist auch alles dann kombinierbar. Aber im Grunde sind alles nur einzelne Teile. Ich verstehe das gar nicht, warum ... Also, Oli, würdest du den gerne im Bett kaufen? Ob ich mir gerne ein Bett kaufen würde oder dieses Bett? Dieses Bett. Dieses Bett. Nun, ich möchte jemanden aus dem, ich glaube, war es ein PC-Games-Forum? Nein, ich glaube, es war woanders. Ich möchte aber trotzdem jemanden so halb zitieren, aus dem Kopf, nicht namentlich erwähnt, der sagte, wenn ich dieses Bett stehen habe, kann ich doch keine Frauen mit nach Hause bringen. Ich wollte da dann schon eigentlich antworten, hab's da was eingelassen. Ey, wir sind Gamer, wir bringen keine Frauen mit nach Hause. Eigentlich dachte ich schon, dieses Bett wird mit so ein ... Wie hast du es neulich genannt? Waifu-Pillow mitgeliefert vielleicht? Mhm. Das wäre passend, ja, das stimmt. Das Ding strahlt so ein Forever-Alone-Look aus, ja, also ... Ja, und das ist auch ein schmaltes Bett, muss man dazu sagen. Das ist eher wie so eine Standard-Kindermatratze. Ja. Das ist ziemlich enttäuschend alles. Das ist ziemlich enttäuschend. Ja, also so lasse ich mich nicht überzeugen, gell? Erst war ich neugierig, aber so nicht. Erst warst du schon sold, aber dann doch nicht, ne? Ja. Ja, also man muss ... Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch die Bilder an. Es ging ja durch diverse Webseiten auch durch, wir werden das auch noch mal verlinken. Das muss man mal gesehen haben, um das mal zu würdigen. Ich dachte erst auch an Satire, inklusive des Models, das drin lag, passenden Mundschutz übrigens, oder weiß nicht, Ninja-Look. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ist es einfach nur cool aussehen, oder ist es ein Vorgriff auf ein Coronavirus, dann möchte ich sie auch im Bett schützen. Ich hab keine Ahnung. Es ist alles sehr kurios. Es wird auch noch kurioser. Es gibt wohl auch passend bei denen einen Gaming-Pyjama. Der ist auch ein ganz besonderes Highlight, wenn man sich den auf der japanischen Amazon-Seite anschaut. Ein sehr formloses Ding, soll unterbequem wahrscheinlich sein, und hat auch eine Öffnung hinten, wahrscheinlich aus praktischen Erwägungen, weil dann braucht man ihn nicht überall aufziehen, wenn man mal zwischendurch doch wohl, leider das Bett verlassen muss. Am Bett verlassen? Kann ich nicht direkt ins Bett coaten? Nein, ich glaube, das ist noch nicht vorgesehen, aber du kannst es gerne als Verbesserungsvorschlag natürlich an Baugutte schicken. Ich will eine Bettpfanne dazu haben, ansonsten kaufe ich es nicht. Du willst eine Gamer-Bettpfanne haben, in schwarz, mit roten Streifen. Und Future-Knicken. Das ist einfach so eine Monster-Energy-Dose, die in der Mitte aufgeschnitten wird. Und dann klappt sie so auf. Das ist die Bettpfanne. Die Einweg-Monster-Bettpfanne. Die Einweg-Monster-Bettpfanne. Jetzt schlägt die Fantasie hier gerade, Purzelbäume. Ja, ich war ... Also, ich habe mir wirklich ein bisschen erst so an Satire gedacht, weißt du? Ob das so eine ... Ob die jemandem ein Spiel vorhalten wollen, oder es vielleicht so halb ernst nur gemeint ist. Aber ich habe es nicht rausfinden können, ob es jetzt ... Ja, es ist auf Amazon verlinkt, glaube ich. Zumindest die Pyjama, finde ich da. Also, sie scheinen nicht ernst zu meinen. Ich finde halt ... Also, nochmal, um ernsthaft ein bisschen drüber zu sprechen. Ich finde halt, das ist ein eigenartiges Konzept. Also, modular ist immer gut, finde ich. Das heißt, du kannst andere Teile hinzufügen und entfernen. Aber das sind halt im Grunde einfach nur normale Möbelstücke, die um ein Bett herum platziert wurden. Also, da ist jetzt nicht was dabei, wo ich sage, boah, das ist die Idee. Also, es gibt ja zum Beispiel diesen Couchmaster. Kennst du das? Ja. Wenn du halt auf dem Sofa sitzt und dann kannst du so ein Brett, was du dir über den Schoß legst und dann hast du da Maus und Tastatur und kannst da mit Computerperipherie am Fernseher spielen. Ja. Das ist jetzt auch nicht super krass verarbeitet oder so, aber das ist immerhin ein eigenes, designtes Teil, wo ich mir vorstellen kann, ja, das bietet mir einen kleinen Mehrwert in einer bestimmten Situation. Aber das ist einfach nur ein scheiß Bett mit ein paar Tischen da drumherum. Also, nee, da muss ich schon sehr verzweifelt sein. Da würde ich mir ja mein eigenes Gaming-Bed bauen mit Toilette und allem drumherum. Mit Toilette. Das erinnert mich an eine Folge, wo wir mal gesprochen hatten, über dieses eine Kneipe, die so im WC-Look war. Das Klo. Ja? Ja, die hieß das Klo. Ah, okay. Vielleicht können wir daraus ein großes Ganzes irgendwann bauen. Aber das ist ein Thema von einem anderen Podcast, glaube ich. Internet-Cafés mit Gaming-Betten. Das ist dann aber eher schon wahrscheinlich eher wie so eine Station auf dem Krankenhaus, wo alle noch so vor sich hin wie geht's hier. Vielleicht hat das ja gerade jetzt Zukunft. Du weißt ja, das ist vielleicht Maximusmarkt gerade. Ja, ja, GameStop ist ja aktuell auch am Umrüsten. Die haben ja auch gesagt, die wollen jetzt, dass man lokal bei denen spielt. Vielleicht können wir Gaming-Betts hinzufügen. Gleich Gaming-Betten und alle mit Mundschutz. Das ist das Ding der Zukunft. Weil, weißt du ja, wird ja alles abgesagt. Obwohl, eigentlich macht's ja keinen Sinn, ne? Ohne Scheiß, ich überlege gerade. Du hast gesagt, hier von wegen Gaming-Betten, hier in Läden und dann spielen alle zusammen. Das will man doch gerade nicht. Oh Gott, die armen Leute von, wie heißt der Laden nochmal? Letzte große Kette, sag schnell, was wir genau gesagt haben. GameStop. GameStop, genau. Von GameStop machen gerade ihr Konzept von wegen, dass sie wieder so ein Internet-Café wieder aufmachen. Und jetzt ist der Coronavirus. Jetzt gehen die Leute nicht, ach Gottes Willen. Ja. Das ist ja super Timing wieder. Kurz ist wie abgeschwiffen vom Bett, aber so kommt man wieder von Stöckchen und Höckchen und hast du nicht gesehen. Ja, okay. Na gut, aber wie gesagt, es ist alles sehr kurios. Genau, schaut euch die Links mal an. Wir fügen die natürlich im Forum hinzu. Dann guckt euch das Gaming-Bett mal an und bei Bedarf bestellt euch eins. Bestellt euch eins und dürft gerne Gast in unserem Podcast sein und live berichten. Natürlich castet ihr einer von eurem Bett aus, bitte. Ja, genau. Dann haben wir noch ein kleines kurioses Thema. Und zwar ein Streamer auf Twitch hat während seines Streams eine Waffe abgefeuert. Und zwar war er anscheinend ein bisschen betrunken, behauptet er zumindest im Nachhinein. Und hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr die originalen Worte, aber er hat zu seinem Twitch-Stream gesagt, wie cool er doch sei, und hat mit seiner Glock auf die Wand gezielt und hat geschossen. Und da war wohl aus Versehen noch eine Kugel im Lauf oder so ähnlich. Und ja, daraufhin wurde er natürlich gesperrt. Das ist nicht überraschend, denn bei Twitch ist es meiner Meinung nach schon gegen die Terms of Service, dass man überhaupt eine Waffe zeigt im Stream. Also ich glaube, das ist da schon ein Problem. Und er hat natürlich auch noch geschossen. Also da war es nicht überraschend. Er ist jetzt auf unbestimmte Zeit gesperrt. Und er war ein großer Streamer und er hatte einen Vertrag mit SOR Gaming, also das ist ein E-Sports-Verein. Und ja, die haben ihn ins Jahr da auch rausgeschmissen. Also es könnte so ein bisschen in Richtung Existenzgrundlage gehen, die da angekratzt wird. Aber ey, was soll man dazu sagen? Ich weiß auch nicht mehr. Er meinte, er hätte einen 1.000-Dollar-Monitor zerschossen dabei übrigens auch. Also man kann sich das Video echt mal angucken. Also es ist wirklich so, der Schuss löst sich. Und ich glaube, es dauert eine Minute, also bis er richtig realisiert hat, was gerade passiert ist. Das dauert wirklich lange, bis er erst so, bis er richtig den Schock dann so einsetzt, auch so richtig. Also das ist schon ansehenswert durchaus. Aber ey, ich weiß auch nicht, was diesen Menschen geritten hat. Also ich hab auch schon ein bisschen, du bist ja eigentlich der mit einem Aluhut, glaube ich, bei uns, oder? Normalerweise? Diesmal hab ich einen Aluhut auf, weil ich hab auch gedacht, na, ob das mal so, ne? Oder ob das mal so einen Populitätsschub geben sollte, keine Ahnung, weil das ist schon sehr doof alles. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man Verträge hat und weiß, wie Twitch solche Sachen handhabt, dann traut man sich das, glaube ich, nicht. Ich weiß es aber nicht. Aber auch die Begründung, die kann man später so, ja, tut mir leid, aber ich war betrunken. Ja, super. Also das ist auch der ideale Zeitpunkt, um mit einer geladene Pistole rumzuhandt, Jana. Also es ist, ja, ja, Ami Land mal wieder, oder war es noch Ami Land, ne? Ich nehme es mal an, wahrscheinlich. Ja, genau. Also wenn sich nächstes Mal mal Podcast mit Tobi hoffentlich wieder dabei ist, wir freuen uns ja wieder drauf, wenn er wieder hier mit dem Wisch dann schusslich löst. Ja, dann war es wahrscheinlich wieder ein typischer Amerikaner, der mal wieder mit seiner Glocke rumgespielt hat bei einer Aufnahme, ne? Tobi, wir schauen deine Richtung. Also halt nicht das Richtung Mikro dann, sonst wird es schwierig mit dem Aufnehmen in Zukunft, ne? Ja, genau. Ja, wir verlinken den Clip auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise einen Artikel, wo der Clip dann auch dabei ist. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen bei Bedarf. Höchstlich, ja. Genau. Wir haben gerade schon über Serien ein bisschen gesprochen und es gibt News zu einer Serie zu The Last of Us, die aktuell in Arbeit sein soll. Das Ganze wird umgesetzt von HBO. Das sind die, die zum Beispiel Sopranos gemacht haben oder die The Wire gemacht haben, aber noch viele, viele andere Serien, aber ich habe die als sehr positiv in Erinnerung, also jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung, was ich so gesehen habe bei denen. Und das Ganze wird gemacht von dem Chernobyl-Schaffer Craig Mazin und gleichzeitig beteiligt sind aber auch mehrere Leute von Naughty Dog, unter anderem Neil Druckmann, der ja auch der Schaffer der Last of Us-Serie ist und der Schreiber da. Und die Serie soll während Teil 1 spielen, also während des ersten Spiels, also im Prinzip die Geschichte noch mal erzählen, aber teilweise auch erweitern. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte ich im Forum gelesen, dass die Geschichte sich erzieht über anderthalb Jahre oder so in der Richtung. Also man könnte da auf jeden Fall einiges noch mit einbauen, wenn man möchte. Und es wurde auch gesagt, dass Sony weitere Serien plant, die dann wahrscheinlich auch wieder mit HBO umgesetzt werden sollen. Was sagst du dazu, Aldi? Da hast du was gespielt, ja, ne? Ich habe es zweimal angefangen, aber die zu Ende gespielt, leider. Wo ich es eigentlich super finde. Ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich mal von meinem wieder großen Pile of Shame abgelenkt davon oder so. Ich muss unbedingt echt jetzt mal irgendwie zu Ende machen. Ich fand es eigentlich grandios, immer so weit ich gekommen bin. Ja, das mit der Serie kam jetzt für mich irgendwie aus nichts irgendwie so. Ganz überraschend irgendwie. Ich glaube, gegenüber vielen so. Aber ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich hoffe, die grenzen das irgendwie gut ab zu The Walking Dead und sowas. Weil eigentlich ist das Thema Zombies und Zombies ähnliche. Ja, ich weiß, bei Last of Us sind es keine Zombies. Ja, Definitionsfrage. Aber für mich waren es effektiv Zombies. Sie fühlen sich so auf wie welche und hast du nicht gesehen. Eigentlich ist das Thema schon durch, durch, durch. Eigentlich durch, dachte man. Aber irgendwie, der alte Wortwitz, die sind nicht tot zu kriegen. Also die Zombies als Thema. Oh ja, der war ganz schlecht. Der war ganz von unten rausgeholt. Ja, ob wir sehen, was anderes wird. Lass mich einfach überraschen. Ja, ich finde es ganz interessant, dass du Walking Dead erwähnst. Ich habe es eine Weile geschaut. Und ich fand es erst ziemlich cool. Aber nachdem man dann die Formel so ein bisschen durchschaut hat, wie das Ganze funktioniert. Und dass es eigentlich immer nur um Drama, Drama, Drama in der Gruppe zwischen den Menschen geht. Und dass die Zombies eigentlich eher Nebensache sind. Fand ich es nach einer Zeit ein bisschen nervig. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man da was Ähnliches versucht. Also es geht ja schon viel um das Zwischenmenschliche. Immer bei diesen postapokalyptischen Dingen. Und kann man denen ja trauen? Und was ist das für eine Gruppe? Und was sind da für Dynamiken? Und da hätte ich auch ein bisschen Sorge, dass sie sich da auch in sowas verzetteln. Ich hoffe, dass das eine bessere Erzählwasser an den Tag legt, als The Walking Dead. Aber grundsätzlich finde ich es interessant. Und ich habe ja auch die Spiele nicht gespielt. Ich habe es nur ein bisschen gesehen in meinen Streams. Was man so gesehen hat, fand ich ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich würde mir gerne eine Serie dazu anschauen, muss ich sagen. Ja, warten wir einfach mal ab. Wenn es da was Neues zu gibt, dann erzählen wir. Aber erfahrungsgemäß bei Serien und Filmen dauert das immer eine gewisse Weile, bis da wirklich was Nennenswertes passiert. Ja, dann haben wir noch was zum Thema Stadia, Olli. Was hast du da für uns zu erzählen? Ja, vorweg, wenn wir heute mal wieder so viel über Streaming sprechen, dass das eigentlich schon alle wieder annervt. Wir hoffen, wir können euch bald auch wieder andere Themen mal wieder recht bringen. Wie zum Beispiel mal Grafikkarten oder sonst was, was sich mal wieder tut. Oder die neuen Konsolen oder die neuen Konsolen ist gut. PS5 vielleicht mal jetzt endlich vorgestellt wird oder irgendwie sowas. Dann wird es mal wieder ein bisschen greifbarer als dieses Streaming-Dingens, Krams. Aber das steht ja alles noch aus. So Gott will, dass alles noch rechtzeitig rauskommt. Das ist ja momentan alles ein bisschen vage. Deswegen nochmal ein bisschen Streaming. Da tut sich so einiges, was man vielleicht manchmal gar nicht so mitbekommt. Diese Nachricht hat es mal wirklich mal wieder auf den Mainstream-Seiten geschafft. Sony Santa Monica musste jemanden abgeben, beziehungsweise kam jemanden abgeworben, nämlich die Frau Shannon Studstall. Sagt dann jetzt wahrscheinlich nichts. Ist aber so, mit Cory Barlock, den kennt man vielleicht schon eher, zusammen mit ihm verantwortlich gewesen für den letzten God of War-Teil bei Sony Santa Monica. Und die wird Chefin eines neuen Stadia, Google Stadia Studios in Playa Vista. Das ist, glaube ich, bei L.A., in der Nähe. Ja. Haben also dann ein neues Studio hochgezogen. Es gibt ja noch ein weiteres Studio, wo irgendwo bei Montreal, wo Jade Raymond arbeitet und auch mit ehemaligen Assassin's Creed Leuten unter anderem irgendwas bastelt und so. Und ja, da ist einiges im Gange. Die investieren gewaltig, gewaltig. Man hat, wenn man Twitter beobachtet und ein paar Leute im Auge hatte, schon gemerkt, dass Google gewaltig am Abwerben von Leuten ist. Es war übrigens auch eine Vermutung, dass die nicht mehr sonst in Playa Vista sitzen, weil die sind in ganz greifbaren Nähe von vielen, vielen anderen Studios und das macht sowohl das Abwerben leichter, meinte ein Kommentator auch. Da ist schon einiges in den letzten Monaten im Gange gewesen. Also dieser Eindruck, Google Stadia ist eh tot und die tun eh nichts mehr, stimmt so nicht. Eigentlich machen die im Hintergrund sehr, sehr viel und nehmen auch richtig, richtig, richtig Kohle in die Hand gerade, um ganze Studios aus dem Boden zu stampfen und auch die Who is Who der Entwickler- und Publisher-Szene teilweise an Land zu ziehen und da unterzukriegen, wie man merkt. Und dem ein bisschen auf der anderen Seite gegenüber steht allerdings die Nachricht von ein paar Indie-Entwicklern, die auch angesprochen worden sind, auf Stadia was rauszubringen und deren Gespräche gleich zu Anfang wohl im Sande verlaufen sind, weil die gesagt haben, das war vom Geld her so uninteressant, was Google uns da angeboten hatte, da haben wir gar nicht mehr weiter mit denen geredet. Das ist ein bisschen kurios, das kann ich auch nicht so ganz deuten. Auf der einen Seite gibt man Unmengen, offensichtlich Unmengen von Geld aus, um ganze Studios aus dem Boden zu stampfen. Jetzt, die in Zukunft mal irgendwann Stadia exklusive Sachen natürlich dann rausbringen sollen und wirbt für bestimmt beachtliches Geld Leute von anderen Studios ab und von großen Studios ab. Und dann gibt man Indies dann keine Anreize, mal rüberzukommen und auf Stadia zumindest auch was raus oder was supportieren und rauszubringen, nicht mal um Akkursivtitel unbedingt. Wenn zum Beispiel Epic zum Beispiel ja ganz wilde Sachen macht, um die rüberzukriegen auf die Plattform. Das ist ein bisschen komisch. Oder wie meinst du das, Lukas? Ja, ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass die sagen, ja, also wir brauchen euch nichts Attraktives bieten. Wir sind Google. Wenn ihr wollt, dann werdet ihr schon auf uns zukommen und ihr könnt froh sein, dass ihr mit uns was machen könnt, sozusagen. Meinst du, wenn ich das jetzt gedacht habe? Ich habe mir das auch gedacht, dass das vielleicht so ein Gedanke war. Aber die haben Leute wie Phil Harrison an Bord. Die haben Jade Raymond an Bord. Die wissen doch alle, wie das Business läuft oder nicht. Sind die echt dann immer noch so vermessen, das zu glauben? Naja, also ich habe das Video ganz verstanden. Ist das jetzt so, dass Google denen nicht proaktiv was bietet? Oder sind sie generell eher abgeneigt, mit Indies zu arbeiten? Oder ist das nicht so ganz klar? Nee, eher proaktiv. Ich glaube, es klingt immer so rüber, wenn Gespräche wahnsinnig schnell im Sande verlaufen, weil die keine Kohle rüberwachsen lassen wollten. Weil natürlich die Indiewickler gesagt haben, du, Umsatz brauchen wir gar nicht reden. Ihr seid eine junge Plattform. Ihr macht erst mal keinen Umsatz, ne? Warum soll ich bei euch rauskommen so nach dem Motto großartig? Nur auf Hoffnung, dass es mal besser wird in Zukunft. Ihr müsst schon ein bisschen was vorschießen hier. Und das wollte Google anscheinend nicht. Ja, dann würde ich da von einer gewissen Arroganz ausgehen, ja. Ja, also Google ist ja schon... Das ist quasi so ein Weltbrand. Keine Ahnung, aber halt eine der weltgrößten oder bekanntesten Firmen. Und ja, ich glaube, die sitzen dann schon ein bisschen auf dem hohen Ross. Vielleicht wird es irgendwann mal erfahren, was da gewesen ist. Mal, wenn irgendwie das sich alles wieder anders entwickelt. Aber wie dem sei, was ich so interessant finde oder beziehungsweise erwähnenswert immer finde, dieses Google-Statier ist schon tot, so nach dem Motto. Also für Google definitiv noch nicht. Die sind eigentlich gerade erst am Aufbauen von Sachen. Ob du das überleben bist, ist eine ganz andere Frage. Sicherlich, sicherlich. Aber man kriegt es doch nicht so mit, ne? Gerade diese Anwerbungsgeschichten sind im Vorfeld, bis auf diese Nachricht halt von der Shannon Studstill, die jetzt wirklich mal im Mainstream angekommen ist, in der Regel immer unter dem Radar durchgelaufen. Und das ging aber schon seit Monaten so, dass sie da und da und da immer Leute angeworben haben. Wer darauf achtet, hat das gemerkt. Und das kommt gar nicht so raus, wie überhaupt die Kommunikationsstrategie von Google, was das angeht, ziemlich blöd irgendwie ist. Also man könnte meinen, der ist schon tot, weil die einfach nicht drüber reden manchmal, was sie machen zurzeit, weißt du? Da müsste man, ne? Das ist die Kommunikationsstrategie, von denen unterschaue ich nicht. Die ist auch sogar für die Leute, die drinstecken im Dienst, wie ich, der ja auch schon da ein Konto hat bei denen und auf einem Discord da sitzt und Reddit sitzt und wo auch die gute Leute selber mal reinschreiben, die zwei, drei, die das betreuen, da aus dem Außen hin zumindest oder so, relativ sparsam, finde ich. Und da, finde ich, müssen sie entweder mehr auf die Kacke hauen oder vielleicht wollen die das auch gar nicht. Und das ist eine andere Theorie, die ich habe. Das ist für die immer noch ein verlängerter Betatest, weißt du? Die wollen vielleicht gar nicht, dass da so ultra viele Leute darauf rumreiten, gerade zurzeit, und machen und tun. Und wollen bewusst das vielleicht gar nicht so anheizen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen Rätsel. Ja, es ist ja häufig so bei den großen Firmen, dass sie aus welchen Gründen auch immer nicht besonders stark in der Kommunikation sind. Ja, also sei es Facebook, sei es Wealth oder auch andere, die, ja, oft sind die halt so und machen ihr Ding und die Leute beschweren sich oder freuen sich, aber es gibt selten offene Kommunikation gefühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Google auch einfach so gehandhabt wird. Und es ist ja in einer guten Position. Aber ich verstehe jetzt auch nicht so genau, warum die das so machen, aber ja. Ja, mal schauen. Wir bleiben natürlich dran. Äh, ja. Nächste Woche, Oli hat ja vorhin schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir mal wieder ein bisschen was anderes bringen können. Nächste Woche kann ich dann hoffentlich was zu Ori and the Will of the Wisp erzählen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir so wenig Hauptthemen haben aktuell, oder beziehungsweise wenig über Spiele direkt sprechen und ein paar Reviews bringen können, aber hat sich halt in letzter Zeit nicht so viel ergeben. Und daher sprechen wir heute auch nur über eine Demo. Und zwar von dem Spiel Disjunction auf Steam. anth Ну, ja ich lasst y y y y y y y y y Das war eine Demo, die, weiß ich nicht, hat man so in 45 Minuten locker durchgespielt. Wahrscheinlich weniger. Das heißt, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, dann schaut es euch am besten direkt an, ohne dass ihr hört, was wir darüber sprechen. Dafür braucht ihr nicht unser Review hier sozusagen. Und wir quatschen einfach mal über die Demo. Das Ganze ist ein Cyberpunk-Spiel aus der Obenansicht, sage ich mal. Ja, Draufsicht. Ich könnte sagen, wir haben gerade noch sinniert, ob es ISO-Perspektive ist, aber ich glaube, das ist was anderes. Das ist eher so eine 2D Oben-Draufsicht, wo man die Leute aber schon von der Seite so sieht. So eine ganz klassische Pixel-Grafik-Ansicht von oben. Ja, ich habe das aufgeschrieben mit der ISO-Perspektive. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon öfter mal falsch benutzt. Ja, das Ganze ist ein Pixel-Spiel. Das spielt im Jahr 2048 in New York, beziehungsweise in Central City, was anscheinend so ein Abkömmling von New York ist. Und zwar gab es Umweltzerstörung, gesellschaftliche Unruhen. Und Central City ist halt so eine Slum-Siedlung. Und dort ist ein Polizistenmord geschehen durch einen Anführer so einer Central City-Kommune. Und das wirft natürlich Fragen auf und angeblich sei, ist derjenige, der den Mord begangen hat, oder der angebliche Täter, hatte die Droge Schad bei sich, die da anscheinend auch eine Rolle spielt. Und wir haben den Spielcharakter Frank, das ist ein Privatermittler. Und der soll das Ganze untersuchen. Und das Ganze wird recht storylastig präsentiert auf jeden Fall mit vielen Dialogen. Hat mich anfangs sehr abgeschreckt, muss ich sagen, dass direkt am Anfang Wall of Text kamen. Also relativ viel Dialog. Wie fandst du das? Ich fand das eigentlich nicht so viel Wall of Text. Es spielt ohne Sprachausgabe. Man kriegt ja wirklich Textboxen. In den Textboxen selber sind noch so gehighlightete Wörter drin. Da kann man an einem Mouse-Over noch weitere Infos bekommen, die dann ein bisschen Hintergrund zur Welt erzählen. Also mit einzelnen Begriffen nochmal so, die erläutern und die Welt im Hintergrund erklären. Was ich ganz nett fand übrigens. Ganz nett. Also ich lese ja auch gerne viel und schnell. Also das war mein Eindruck ein bisschen anderer als bei dir. Ja, ich finde halt, es ist ein schönerer Einstieg in ein Spiel, wenn man direkt ein bisschen spielen kann und man dann mit der Story quasi anfängt. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn es direkt losgeht mit zu viel Text und halt, also ich weiß nicht, ich finde Showdown-Tale ein bisschen schöner und ich finde es schöner, wenn man erst mal ein bisschen einsteigt, ein bisschen spielt und dann wird die Story quasi ausgearbeitet oder gezeigt. Das hätte ich ein bisschen netter gefunden. Aber es ist jetzt auch nicht super, die Texte. Also man hat das auch in fünf Minuten durchgelesen, problemlos. Trotzdem fand ich es im ersten Moment ein bisschen erschlagend, muss ich sagen. Ja. Ja und vom Gameplay ist das ein Stealth-Spiel, würde ich sagen. Also auch in den normalen Levels. Das sind abgeschlossene Level für sich. Das spielt man auch aus dieser Draufsicht und die Gegner haben ganz klassisch so Sichtgegel. Man kann sie umgehen und dann von hinten irgendwie umhauen, K.O. hauen und dann kann man die Leichen irgendwo, äh, die, die Leichen, die Körper irgendwo verstecken. Und zum Beispiel, wenn man sich durch Schatten bewegt, dann haben die Gegner einen kleineren Sichtgegel. Und so muss man sich halt durch irgendwelche Anlagen begeben und da zum Beispiel dann mal zum Beispiel so eine Schlüsselkarte muss man, glaube ich, fast jedes Mal holen, um da eben rauszukommen durch die Ausgangstür. Man kann bestimmte Daten finden, man kann so Upgrade-Sachen finden und, äh, ja, man hat nicht nur die Möglichkeit, Gegner umzuhauen, sondern man kann sie auch, äh, gewaltsam um die Ecke bringen, also mit einer Pistole zum Beispiel. Äh, wie hast du das Spiel hauptsächlich gespielt, Olli? Ja, ähm, das ist, ich spiele ich ja ein bisschen zweigeteilt, ne? Du hast immer so ein, also zumindest in der Demo war es ja so, die über drei Level, glaube ich, ungefähr geht, dass man immer erst in seiner Wohnung ist, dann macht man ein Telefongespräch, dann bekommt man den nächsten Auftrag, dann geht man dann rein in den Level und diesen Level ist dann halt diese Stealth-Sektion, ne? So, erstmal grundsätzlich nochmal. Ähm, du hast ja schon gesagt, Sichtkegel ausweichen, ja, die ganzen Gegner gibt es unterschiedliche Stufen, es gibt welche mit mehr Körperschutz, es gibt welche mit Schrotflinten, die dann, äh, wenn sie schießen, fast Insta-Dev für dich dann sind, es gibt, äh, Roboter, die patrouillieren, die müssen auch so fliegende Roboter, es gibt Kameras, die hin und her schwenken, die man nicht direkt beeinflussen kann, man hat mehrere Möglichkeiten, den Gegner abzulenken oder sich zu tarnen, man kann so eine Rauchbombe schmeißen, ja? Man kann die Kameras deaktivieren, ne? Hast du das gesehen? Das hab ich noch nicht gesehen, nein. Kannst Finger in den Space drücken, dann kannst du die ausschalten. Ah, okay. Ja, das muss ich mir immer nur so vorbeikämpfen, also die, die, ähm, die anderen Gegner kann man ja mal mit so einer Rauchbombe, ne? Da kann man so einen Rauch reinmachen, da kann man den Rauch selber, kann sich tarnen oder die Gegner mit auch verwirren und die dann umhauen im Rauch und sowas oder wertvollste, was ich immer hatte, war diese Elektroschocker-Pistole, die, die fast bei mir auch irgendwie nie alle war, gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich lange Energie hatte, ich hab nicht ganz noch blickt, wie das zusammenhängt, man hat ja so zwei Balken, eine ist Gesundheit, die andere ist Energie. Ich weiß nicht, ob diese Schocker-Pistole die Energie aus dem Dings rauszieht oder ob die jetzt eher von diesen aufgesammelten Schüssen war, weil man hat, glaube ich, auch eine letale Waffe, die ist, glaube ich, was anderes wieder. Genau, die Pistole, die richtige Pistole ist losgelöst von dem, von der, von dem Energiebalken, den man hat. Aber jede andere Aktion kostet Energie, sei es eine Heilung, die man selbst vollführt an sich, sei es der Elektroschocker, den man anwendet oder aber diese Rauchgranate. Alles kostet Energie, aber wenn du einen Gegner, äh, umlegst, dann droppt der teilweise auch wieder so eine Energiezelle. Also bisher war es eigentlich kein Problem, relativ freigebig mit der Energie umzugehen. Ja. Ja. Ja, ich hab das gerne mit der Pistole gemacht, dann fand ich's auch nicht so schwierig, obwohl's echt nicht mein Genre ist. Ich war nie so ein Stealth-Typ, ehrlich gesagt. Äh, ging dann eigentlich ganz gut. Ja. Also ich kam recht gut noch zurecht. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen Mix gespielt, muss ich sagen. Also, äh, man hat eine begrenzte Anzahl an Schuss in der Pistole, aber eigentlich ist es kein Problem, in einem Level alle umzulegen, was ich ein bisschen komisch fand. Also, der Stealth-Ansatz ist meiner Meinung nach nicht wirklich erforderlich. Wohlgemerkt jetzt natürlich in der Demo, keine Ahnung, wie das finale Spiel dann sein wird oder ob das schwieriger wird oder so. Mhm. Muss ich kurz einhaken? Ja. Muss ich kurz einhaken? Meinst du mit Schießen jetzt mit der tödlichen Waffe schießen oder mit der Stun-Gun? Mit der tödlichen Waffe. Mit der tödlichen, ah ja. Weil da könnte ich mir vorstellen, wenn du das machst, dass die Steuer sich vielleicht verändert, das wäre nochmal eine Hoffnung nämlich dabei, weil sie ja, deine Auftraggeberin zu Anfang sagt, äh, keine Körper, oder keine Nobodies oder was sie sagt, ja? Und mach kein Massaker. Sie reitet mehrfach drauf herum, was eigentlich meine, meine Erwartung eigentlich weckt, dass wenn man mit der detalen, also mit der tödlichen Waffe dann zu viel macht, die es vielleicht einfacher macht, irgendwann dafür bezahlen wird. Äh, ich hoffe auch. Es hat sich zumindest in den Dialogen schon niedergeschlagen, denn sie sagt ja, ja, geh erstmal nur gucken, aber mach nicht zu viel, wirbel nicht zu viel Staub auf und dann bin ich halt rumgerannt und hab alle abgeknallt im Side-Level. Und dann sagt sie halt danach so, hey, hast du die Nachrichten gesehen, äh, du solltest doch nur mal ein bisschen schnüffeln, aber alle sind komplett ausgerastet, mach das nicht mehr. Und dann gab's ein bisschen hin und her, gab ein Wort das andere und dann war auch alles wieder okay. Aber es könnte natürlich wirklich sein, dass sich das, äh, für den weiteren Spielverlauf dann, äh, irgendwie niederschlägt, was man vorher so gemacht hat. Das wär eigentlich cool. Ja. Ähm, ja, das war's eigentlich schon so vom Gameplay, ne? Also man konnte jetzt nicht so viel machen. Es gab noch so, äh, Upgrades. Also man kann wie gesagt so Upgrades sellen einsammeln und dann kann man, äh, bevor man ins nächste Level geht, das wird anscheinend auch jedes Mal zurückgesetzt, dann kann man Punkte vergeben in bestimmte Upgrades. Also zum Beispiel, dass, äh, die Rauchgranate einen größeren Radius hat, dass, äh, eine Passive-Fähigkeit einen kürzeren Cooldown hat und so. Also da gibt's ein paar, äh, Anpassungen, die man vornehmen kann. Und das scheint auch immer individuell wieder neu gemacht werden, also neu gemacht werden zu können. Äh, wie hat dir der Look so gefallen, neu? Ja, das ist, äh, so eine Sache. Das ist ja ein sehr klassischer Pixel-Look, der wenig Bling-Bling hat, sag ich mal so, ne? Ziemlich große Pixel, ähm, kaum Shader-Effekte oder sonst was, sondern das ist so wirklich oldschool ziemlich gemacht auch. Äh, deswegen vielleicht auch nicht so eindrucksvoll. Es sei denn, man steht halt auf solche Retro-Pixel-Grafiken. Das ist wirklich Retro-Pixel-Grafik, würde ich mal so sagen, ne? Aber mein Eindruck, das könnte man, es gibt, Pixel-Grafik ist ein Weiterbegriff, ne? Das kann ja bis höher auf dieser Pixel-Grafik sein, das kann Pixel-Grafik sein mit sehr viel Shader-Aufpeppung drin, mit extra Effekten, die es damals gar nicht so gegeben hätte. Und das ist eher doch schon eher back to basic mit, mit, äh, sehr recht flachen Look mit Grafik, die man sich eher schon vorstellen kann, dass die früher auf alten Rechner auch gelaufen wäre oder sowas, sag ich mal so pauschal jetzt gesagt. Mir war die, aber das, das ist gar nicht mal das Problem, weil das kann ich manchmal gut ab, ähm, aber mir war die ein bisschen wenig abwechslungsreich bisher. Also ich fand die sehr, ich weiß nicht, mir fehlte irgendwie so das Besondere bisher, weißt du, dass es mal ein bisschen gewechselt hat, dass die Levels mal ein bisschen anders aussehen. Ich meine, es gab noch nicht viele Levels, weil sie ist daran. Aber da fehlte immer noch ein bisschen so das gewisse App was. Ja, das sah schon, äh, sehr gleich aus. Und genau, es sind halt einfach Korridore, durch die man sich durchkämpft, so ein bisschen mit so Laborapparatur oder so, so sieht das aus. Und, äh, die sind jetzt nicht gerade einzigartig. Also es gab jetzt, äh, bis auf das Apartment gab's jetzt nichts, was ein bisschen rausgestochen ist. Und das Apartment ist ja die, der Hub sozusagen, wo du immer zwischen den Missionen bist. Von daher stimme ich dir da auf jeden Fall zu, ja. Ich fand die Grafik an sich aber nett. Also hat mir ganz gut gefallen, aber designtechnisch geht da auf jeden Fall noch mehr und da kommt da hoffentlich auch noch mehr. Wie fandst du denn die Musik? Äh, ich fand die gut. Sie war jetzt allerdings, äh, ja, sie hat so ein bisschen vor sich hingeplätschert, ne? Also sie ist eher so im Hintergrund und es ist nicht, also es ändert sich auf keinen Fall dynamisch. Wenn du jetzt in den Kampf kommst oder so, dann ändert sich nicht die Musik, glaub ich. Sondern es, äh, ja, ist halt eine relativ gemächtliche Musik im Hintergrund. Ja, ich fand's, ja, stimmt, zwar passend zur Stimmung, aber plötzlich, wie du sagst, einfach vor sich hin und auch da hier wenig Abwechslung. Also das ist, das nochmal, äh, mehr noch als bei der Grafik. Das hat aber auch da, die Abwechslung so ein bisschen fehlt, find ich so, weißt du? Also unterschiedliche Musikstücke auch oder so, die Stimmung transportieren. Das fand ich auch noch ein bisschen sehr dürftig. Ja, da hast du recht, wenn man dann sowas, ich mein, gut, das ist jetzt wahrscheinlich ein unfairer Vergleich, aber wenn man an das, äh, Zero, boah, wie hieß das nochmal? Katana Zero denkt? Ja. Gut, das war natürlich Killer in der Hinsicht, aber da geht auf jeden Fall mehr, genau, da, äh, hätte ein bisschen Abwechslung. Das muss ich auch denken, das ist natürlich ein anderes Genre, ne? Ziemlich anderer Genre. Aber das war, ist ja auch ein deutlicher Pixel-Look da gewesen. Aber der hatte Charme, der war immer ein bisschen Abwechslung drin, die Musik war sowieso super, aber das ist natürlich auf dem Niveau, dass, ich glaube, da kommen andere nicht unbedingt so ran auch, ne? Aber das ist, ist schon eine ganz andere Ebene, was da geboten wurde. Ja, cool. Äh, ja, mehr haben wir eigentlich gar nicht dazu zu sagen, würde ich sagen. Äh, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaute ich die Demo jetzt nochmal selbst an, die gibt's bei Steam. Wie gesagt, das Spiel heißt Dist Junction. Äh, wir verlinken das Ganze auch im Forum. Äh, so nach aktuellem Stand würdest du das Spiel kaufen für dich selbst oder für den Podcast, um darüber zu reden? Kommen wir bis auf den Preis drauf an, ehrlich gesagt. Kommen wir bis auf den Preis drauf an, ich weiß es noch nicht. Äh, was mir noch auffällt, es ist, äh, Cyberpunk-Thema, das ist momentan doch langsam, glaube ich, immer mehr angesagt. Ich hab ja ein anderes Spiel noch im, äh, Auge, was ich vielleicht, also eigentlich ziemlich sicher hier im Podcast vorstellen werde, wenn's im April rauskommt, nämlich dieses, äh, Cloudpunk, ja? Das ist dieses mit dem, wo man ein Taxi durch ein, äh, Voxel-Grafik steuert, ist auch so eine, so eine Cyberpunk-City, die alles spielt und das ist, ähm, ja, irgendwie bemühen sich alle noch rauszukommen, bevor das Cyberpunk 2077 rauskommt und aber das Thema ist irgendwie schon angesagt, glaube ich. Also, du hast ja damals schon in unserem Cyberpunk-Special Folge 100, glaube ich, mal gesagt gehabt, du erwartest eine Cyberpunk-Welle, ne, oder? Ja. Das war, glaube ich, deine Aussage und ich glaube, ja, dass die willkommen, das sind so die kleinen Ausläufer schon mal davon. Ja, man muss natürlich, äh, berücksichtigen, dass die Entwickler ja auch schon, äh, gerade die Kleinen ja schon einige Zeit hatten, seit Cyberpunk 2077 das erste Mal angekündigt wurde und selbst wenn man dann, äh, nur so ein zwei, drei Mann Studios, wenn man sich dann halt dahinter klemmt, dann kann man ja in der Zeit schon was auf die Beine stellen. Jetzt bei dem Spiel sind, glaube ich, in den Credits wurden so zehn Leute oder so genannt, also schon relativ groß. Hm. Äh, hatte ich nicht unbedingt mit gerechnet, äh, wobei natürlich auch nicht jeder permanent daran gearbeitet hat, also wenn er jetzt alle die Musik hinzugefügt hat, ich glaube, der war auch genannt, äh, aber zumindest, äh, scheint schon ein bisschen mehr in Power dahinter zu sein. Äh, ja, also mir geht's ähnlich wie dir. Ich würde es stark vom Preis abhängig machen, wenn's jetzt, ja, das bietet mir einfach so wenig Abwechslung, glaube ich. Muss man noch mal ein bisschen abwarten, aber wenn das Spiel sich weiter so fortführt, wie in der Demo, dann ist mir das, äh, vor allem auch zu einfach, muss ich sagen. Das, äh, Spiel müsste ein bisschen knackiger sein. Konnte man eigentlich das Schleichen irgendwie auch ein- ausschalten? Weil ich musste mit der gedrückter Shift-Taste, du siehst ja die Sichtkegel ja nur, wenn du Schleichen aktiviert hast. Und Schleichen aktiviert geht ja mit der Shift-Taste, richtig? Genau. Bei der WC-Steuerung. Also ich hab echt schon gedacht, kann man das nicht irgendwie dauerhaft mal aktivieren, wenn man da lang geht? Weil das nervte mich total. Hab man da keine... Die Feststell-Taste ging nicht, die, äh, die, äh, Feststell-Taste für Großschreibung. Weil manchmal muss es ja in bestimmten Segmenten länger mal anhaben und dann da immer Kampfhaft, die Shift-Taste zu drücken, fand ich auch schlechtes Spiele sein, ehrlich gesagt, ne? Man hat ja so eine WC-Steuerung halt und mit dem Mausseil kann man halt Sachen anvisieren, sowas mal kurz nochmal erwähnt, ne? Aber das fand ich auch nicht so pralle. Ja, hat mich jetzt nicht gestört, aber du hast ja auch so eine ungewöhnliche Fingerhaltung. Ah, ich wusste das jetzt genau wiederstellen. Aber nein, auch bei der korrekten WC-Steuerung fand ich es ein bisschen nervig. Okay, ja. Achso, es gab auch noch eine Abgehörigkeit, fällt mir grad ein, wo du das mit dem Schleichen sagst, dass man zum Beispiel während des Schleichens 10% schneller geht oder so. Also da gab's eine kleine Anpassung auf jeden Fall, die möglich sind, aber nee, mich hat's nicht gestört währenddessen, muss ich sagen. Fand ich nicht so dramatisch. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man so eine Option hat und da so eine quasi einfach umschalten könnte zwischen den beiden Modi, das stimmt. Ja, das war es einfach dazu. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut euch das Spiel einfach mal an, die Demo, wohlgemerkt. Und dann würde ich sagen, sind wir durch heute, oder? Heute haben wir noch irgendwas. Nö, das war heute mal relativ kurz und knackig. Ja, da hat nicht so viel los und wir haben einfach ein bisschen kurioses Zeug abgehandelt. Ist ja auch mal ganz cool. Dann bleibt wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr gerade in eurem Gaming-Bed liegt und sauer seid, weil wir irgendwas nicht behandelt haben, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir fordern euch sogar dazu auf. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr euch per E-Mail meldet unter pcgcpodcast at gmail.com oder aber ihr hinterlasst uns einen Kommentar bei pcgames.de im Forum, wo wir den eigenen Strat haben. Alternativ könnt ihr auch den Discord joinen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Die Daten oder beziehungsweise den Link dazu findet ihr bei Soundcloud, bei Spotify oder auch bei pcgames im Forum. Und in diesem Sinne, achso, über Twitter könnt ihr uns auch noch kontaktieren, genau. Unter dem Handel at podcast pcgc. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum pcgames Community Podcast. Ciao. Tschüss. Kommt. 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 Kommt.